Als Weltangler lebt man in der Wildnis Europas. Ständig konfrontiert mit Problemen und Herausforderungen ist man immer auf der Suche nach neuen Stellen und Gewässern. Nach einem langen Tag voller Strapazen legt man sich erschöpft auf die Liege, die Augen immer auf die Rupenspitzen gerichtet und man wartet nur auf diesen einen Moment. Und plötzlich wird die Stille der Natur durch das Klingeln der Glocke durchbrochen. Das Adrenalin schießt in den Körper, man läuft zur Route, setzt den Anhieb und der Spiel beginnt. Musik Untertitelung. BR 2018 Und genau das ist der Grund, warum es uns immer wieder ans Wasser zieht.